Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Alp-Cast, dem Bergsteiger-Podcast von Bergsteigern für Bergsteiger von der Alpen Academy. Heute in der ersten Episode, da möchten wir so ein bisschen drüber sprechen, was der Podcast in Zukunft denn so bedeuten soll, was der so machen soll und wie euch der durch den Alltag einmal die Woche begleiten kann. Also zuallererst kann ich gleich mal sagen, der kommt jetzt jede Woche und immer am Sonntag und jeden Sonntag wird es dafür jetzt eben nicht mehr Legenden im Porträt geben, sondern es wird nur noch alle zwei Wochen Legenden im Porträt geben. Das bedeutet im Prinzip ein Inhalt alle zwei Wochen mehr, gratis quasi nochmal so obendrauf. Denn Legenden im Porträt ist meiner Meinung nach kein Format für jede Woche. Da steckt schon sehr viel Arbeit dahinter und wir möchten die Legenden im Porträt ja möglichst ausführlich und möglichst detailliert und wirklich tiefer recherchiert, tiefgehender recherchiert produzieren und deswegen steckt da viel Arbeit drin. Aktuell ist das mit einmal die Woche noch nicht so ganz drinnen. Wir haben es probiert, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Deswegen wird es jetzt so sein, jede zweite Woche, beginnend mit nächster Woche, gibt es Legenden im Porträt und dafür gibt es aber jede Woche einen Podcast. Und der wird einerseits auf YouTube veröffentlicht und andererseits auch natürlich auf den klassischen Podcast-Kanälen bei Apple und so weiter. Also ihr könnt ihn dann auch bei uns am Alpenacademy.at auf der Plattform hören und da gibt es eine Einbindung, eine große. Da könnt ihr euch dann die Episoden, eine Übersicht anschauen und da werdet ihr euch dann auch dementsprechend zurechtfinden können. Warum machen wir denn jetzt einen Podcast? Was wollen wir euch mit diesem Podcast denn so einmal die Woche mitgeben? Also zuallererst mal, wir haben uns gedacht, dieser Podcast soll als Ergänzung zu den klassischen Alpenacademy YouTube Inhalten dienen. Und die klassischen Inhalte sind bei uns ja meistens längerfristig geplant, recherchiert, da werden dann Skripte geschrieben und so weiter und so weiter. Dann wird das produziert. Also da steckt ein relativ großer Prozess dahinter. Und dieser Prozess, der verlangt auch manchmal Einschnitte, dass man sagt, okay, ich muss mich zum Beispiel heute auf ein paar Punkte konzentrieren, was das Thema betrifft. Ich kann nicht so ausführlich darüber reden, wie ich gerne würde. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht vier, fünf Stunden über das Thema Karabiner in einem Video reden oder so. Und der Podcast soll quasi so ein bisschen die Möglichkeit sein, die Inhalte zu ergänzen, die wir produzieren. Das ist mal das Erste. Aber vor allen Dingen wollen wir uns ein bisschen auf die persönlichere Komponente konzentrieren. Also wir haben, also unsere Inhalte auf YouTube sind ja sehr, ich sag jetzt mal, es wirkt alles sehr produziert und sehr geplant und das ist es ja auch. Und da steckt sehr wenig Meinung drinnen, da steckt sehr wenig persönliche Note drinnen. Und deswegen wollen wir das jetzt ändern, indem wir sagen, okay, wir geben jetzt euch die Möglichkeit, auch unsere Meinung zu hören oder die Meinung von mir zu hören zu gewissen Themen. Und da gleich zu Beginn die große Aufforderung an euch, wenn ihr Themen habt, über die ihr sprechen wollt, wo ihr auch mal sagt, okay, ich habe da wirklich eine ausführliche Frage oder ich kenne mich da nicht aus. Oder ich finde, das ist ein zu diskutierendes Thema, dann schreibt das per Mail an kontakt.alpenacademy.at oder schreibt es auch auf YouTube unter dem Podcast als Kommentar. Da werden wir dann alles zusammensammeln und in der darauf folgenden Woche werden wir dann darauf eingehen. Wenn das jetzt wirklich nicht zu sehr ins technische Detail geht, also die Verarbeitungsweise und Produktionsweise von Karabinern oder so, die werden wir jetzt vielleicht nicht im Podcast aufgreifen. Das ist einfach, das ist jetzt eher ein Thema für ein Video, für ein Detailvideo. Aber zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, irgendwie was hältst du von teurer Skitourenbekleidung oder der Preisentwicklung bei Gewand, dann könnt ihr das jederzeit sehr, sehr gerne in die Kommentare oder eben per Mail schreiben. Dann werden wir uns damit beschäftigen, beziehungsweise wir werden darauf eingehen. Gut, das ist jetzt mal das. Was werden wir noch machen? Also wir werden uns im Podcast sehr stark damit auseinandersetzen, was in letzter Zeit so passiert ist in der letzten Woche. Also es passiert ja aktuell jede Woche. Man könnte jetzt klischeehaft sagen, die Ereignisse überschlagen sich. Wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Woche das Thema großer Ansturm auf die Berge, auf denen Skitouren möglich sind, Pistentouren. Da gab es jetzt den großen Ansturm dieses Wochenende. Das wird heute ein großes Thema werden, ein großer Teil des Podcasts. Und so werden wir das auch in Zukunft immer handhaben, werden uns anschauen, was hat diese Woche die Bergsteiger-Community, die Szene bewegt oder interessiert oder was hat sich denn so getan? Mein Bergsport rückt jetzt mittlerweile auch immer mehr in den Fokus der Medien und der Nachrichten. Deswegen kriegt man da jetzt auch viel mehr mit. Es passiert einfach auch immer mehr und darauf werden wir dann immer eingehen und werden euch das so ein bisschen aufbereiten auch. Also wir haben ja, wir haben jetzt nicht den journalistischen Anspruch in dem Podcast, aber wir möchten auf jeden Fall unsere Meinung zu gewissen Themen kundtun und euch so ein bisschen eine Art verbale Zeitung liefern, wo vielleicht interessante Ereignisse, Geschehnisse dokumentiert sind, für euch einfach mündlich aufbereitet. So, das war mal das und was wir dann natürlich im Podcast auch noch machen wollen ist, wir möchten euch über unsere aktuellen Projekte aufklären. Wir möchten ein bisschen ins Detail gehen, was unsere Pläne betrifft, wie es mit unseren Kursen weitergeht, was wir da vorhaben. Also wir möchten da so ein bisschen mehr Transparenz schaffen, ein bisschen mehr Einblick und das möchten wir auch deswegen tun, weil wir gerne für manche Sachen eine zweite Meinung haben wollen von den Menschen, die sich die Inhalte dann letztlich anschauen möchten. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt uns überlegt, das und das könnte cool sein, was haltet ihr davon, dann könnt ihr das natürlich auch immer gleich in die Kommentare schreiben oder mir per Mail oder auf den Social Media Kanälen, wie auch immer. Da gibt es dann die Möglichkeit, ein bisschen mitzuwirken in der Zukunft der Inhalte. Und ich sage nicht, dass quasi jeder Vorschlag immer gleich aufgegriffen werden kann, aber ich sage auf jeden Fall, dass wir alles in unseren Entscheidungsprozess auch immer mit einbeziehen, was in Zukunft eben am Kanal oder auf der Plattform erstellt wird. Also wir möchten euch hier in unseren Plänen ein bisschen mitnehmen und zwar nicht nur, was die Alpenacademy betrifft, weil das ist jetzt nicht so unfassbar spannend, sondern vor allem, was den Bereich Projekte, Bergprojekte und ähnliches betrifft. Also wenn ihr sagt, mich interessiert das, wie plant ihr eure Touren, habt ihr da ein spezielles Vorgehen oder was habt ihr 2021 vor zum Beispiel angenommen, dann können wir das in dem Rahmen natürlich dann viel besser und viel gemütlicher besprechen, als wenn wir darüber jetzt ein geskriptetes Video machen würden. Ist glaube ich auch viel interessanter so in einer Art des Gesprächs das Ganze zu machen. Ihr könnt mir das zwar jetzt nicht direkt antworten, aber ihr könnt definitiv immer schriftlich euren Senf dazu abgeben und deswegen haben wir das auch in Videoform jetzt hier nochmal auf YouTube, den Podcast. Also für alle, die uns nur hören, es gibt auch die Möglichkeit, mich zu sehen. Es ist kein Standbild, sondern es wird auch einfach mitgefilmt. Es passiert da jetzt nichts Spannenderes als in der Atmosphäre des Hörens, aber man kann sich definitiv mehr wie in einem Gespräch fühlen, wenn einen das interessiert. Genau, außerdem natürlich werden wir hier auch über Neuerungen zum Thema Ausrüstung, Technik und Co. sprechen. Wir wollen uns vielleicht auch mal das ein oder andere Gadget hier im Podcast genauer anschauen, wobei ich sagen muss, dass wir das dann wahrscheinlich in Testvideos machen werden. Ich schaue da jetzt gerade auf ein ganz bestimmtes Teil, das da aktuell vor mir liegt, bei dem ich mir das sehr gut vorstellen könnte, aber dazu erstmal noch keine weiteren Informationen. Jetzt muss ich zuallererst, um diese heutige Podcast-Episode einzuleiten, abseits der ganzen Informationen um den Podcast im Allgemeinen, muss ich einen Ausflug mit euch machen. Ich möchte das Thema nur ganz kurz anschneiden, aber es ist trotzdem wichtig. Im Grundlagenkurs bei uns bei der Alpen Academy auf YouTube, da könnt ihr sehr, sehr viel zum Thema Bergsteigen lernen. Vor allen Dingen, wenn ihr sagt, okay, ihr seid jetzt Anfänger, ihr seid Einsteiger in dem Bereich, ihr möchtet euch ein bisschen besser mit der Materie auskennen, euch zurechtfinden und ihr braucht noch so den einen oder anderen Tipp. Dann ist der Bergsteigen-Grundlagenkurs, den es bei uns auf YouTube gratis gibt, eine sehr gute Anlaufstelle. So, aber jetzt wurde ich letztens unter einem Video darauf hingewiesen, dass die Information nicht vollständig ist und das ist absolut korrekt und deswegen möchte ich hier, das wurde am Anfang des Grundlagenkurses nicht so ganz genau und ganz im Detail erklärt. Grundlagenkurs bedeutet für uns folgendes, wir können nicht alle Informationen über ein Thema in ein Video hineinstecken. Deswegen müssen wir uns auf das beschränken, was wir für praxisrelevant halten und wir würzen das dann etwas mit zusätzlichen Informationen, die vielleicht ganz wissenswert sind, aber in der Praxis keine direkte Anwendung finden. Der Kommentar bezog sich in diesem Fall auf die Folge, wo es um Karabiner, um das Basic-Wissen um Karabiner ging und er hatte ja vollkommen recht, da steht nicht, also da wird nicht über alles gesprochen, was Karabiner betrifft, die spezielleren Verschlusssysteme, die spezielleren Arten von Karabiner, spezielleres Material und so weiter und so fort. Das wird da alles nicht behandelt. Doch jetzt muss man wissen, dass unsere Grundlagenkursinhalte mit unfassbar vielen Informationen vollgepackt werden, also unsere Skripte sind seitenlang und wir müssen uns dann überlegen, wie kürzen wir das alles auf einen Rahmen von 10 bis 15 Minuten runter. Denn nach 15 Minuten hat jeder, der nicht sowieso schon in dem Thema drin ist, abgeschalten und das muss man zur Kenntnis nehmen. Wir haben die Leute, die sich wirklich gut auskennen in diesen einzelnen Themengebieten, sei es jetzt, wenn es um Winterbekleidung geht, so wie diese Woche oder eben Karabiner vor längerer Zeit, dann sind die Experten natürlich mit diesen Inhalten eher unterfordert. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch des Grundlagenkurses und deswegen bitten wir hier nicht davon auszugehen, dass wir dieses Kapitel, um das es jetzt in dieser Folge geht, Karabiner zum Beispiel, wie in diesem Fall, wirklich vollkommen auseinandernehmen und zerlegen. Wir haben die Inhalte für die Vollkommenheit schon vor uns liegen, aber wir können sie einfach nicht in ein Video packen, weil da müsste man dann wirklich vier Stunden Vorträge machen und dafür reicht bei uns auch einfach die Zeit nicht, erstens. Und zweitens, wir möchten ja möglichst relevante Inhalte produzieren und relevant ist meiner Meinung nach, gerade wenn man von Grundlagen spricht, und wir sprechen hier nur ganz deliziert von Grundlagen, dann ist es meiner Meinung nach einfach auch nicht praktikabel, wenn man hier vier Stunden darüber redet. Ich glaube, das schreckt eher noch ab, als dass es wirklich einen richtigen Mehrwert bietet. Also deswegen, wir versuchen alles, was praxisrelevant ist, in die Videos zu packen und alles, was komplett theoretisch ist oder vielleicht einfach nur wissenswert ist, so wie ein Gewürz drüber zu streuen, aber nicht so ins Detail zu gehen. So, das war jetzt mal der Punkt. Und da möchte ich aber jetzt auch ein Satzzeichen drunter setzen und sagen, das wird auch immer so bleiben. Wir werden den Grundlagenkurs immer so gestalten. Wir können auf die Vollständigkeit nicht setzen, eben aus genannten Gründen. So, und jetzt muss ich auf ein Thema zu sprechen kommen, das mir die letzten Tage schon irgendwie auch Sorgen bereitet hat, das mich beschäftigt hat und das mir persönlich nicht nahe ging, aber mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht hat. Dieses Wochenende, also man könnte sagen, das letzte Wochenende, kam ja der große Schneefall in den Alpen. Gerade in Westösterreich, in Süddeutschland, da kam jetzt der Schnee und es kamen Massen an Schnee und es hört vor allen Dingen im Hochgebirge einfach nicht auf. Und ich muss sagen, ich bin wenig überrascht von dem, was passiert ist, aber ich bin sehr überrascht von dem, wie weit es gegangen ist. Aber rollen wir das Ganze von vorne auf, was ist denn eigentlich passiert? Am Samstag gab es die allerersten größeren Schneefälle, die wirklich liegen geblieben sind. Die Temperaturen sagen mittlerweile, dass es kalt genug ist, damit der Schnee wirklich jetzt bis zum Frühjahr liegen bleibt. Und am Samstag kam der erste riesige Schneefall. Das waren Massen an Schnee, das hat man auch in den Nachrichten gesehen. Osttirol, Kärnten, großes Beileid in diese Richtung. Die wurden wirklich vom Schnee erschlagen. Hier weiter im Westen ist es tatsächlich deutlich besser. Aber es liegt eben jetzt sehr viel Schnee. Und am Sonntag waren die Bedingungen ebenfalls noch sehr ähnlich. Etwas entschärft, aber ähnlich. So, was bedeutet das jetzt konkret? Am Samstag, der viele Schneefall. Was war die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation war, wir hatten auf den Südhängen und teilweise etwas Südost-Südwesthänge, hatten wir keinen Schnee. Gar keinen. Also die bis 2500 Meter vollkommen schneefrei. Es war kalt, also Bäche sind zugefroren, aber ansonsten, da lag nichts. Darüber ging es dann etwas los, ein bisschen und in den schattigeren Stellen auch. Und dann die Nordseiten, die waren wirklich mit ordentlich Schnee schon bedeckt. Die Konsequenz war, dass jetzt am Samstag die Nordseiten extrem viel neue Schnee bekommen haben. Die Südseiten natürlich auch. Und auf den Südseiten lag noch gar nichts. Und auf den Nordseiten lag schon fast schon Altschnee, kann man sagen. Weil der ist noch von Oktober. Und ja, was dann passiert ist, die Lawinenwarnstufe hat sich dementsprechend natürlich erhöht. Also am Samstag der viele neue Schnee hat dafür gesorgt, dass wir schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag Lawinenwarnstufe 4 in einigen Regionen hatten. Tirol, Südtirol etc. Da gab es Regionen mit wirklich erhöhter Alarmbereitschaft, auch was Bergrettung und Co. betrifft. Also da war es wirklich kritisch. Und deswegen, was war die logische Konsequenz? Die Leute, die am Sonntag eine Tour gehen wollten, aufgrund des frischen Neuschnees. Das waren ja für das Skifahren super Bedingungen, wirklich. Naja, aufgrund dieser Situation haben sich am Sonntag dann alle gedacht, na gut, dann gehen wir eben Pistentouren. Also wir gehen jetzt auf der Piste die Piste hoch und fahren dann über die Piste ab. Das ist lawinentechnisch ja sehr, sehr sicher. Ja, aber die Situation ist jetzt aktuell sehr speziell in Tirol. In Tirol hat kein einziger Skilift offen. Das hängt damit zusammen, dass die Corona-Bestimmungen in Österreich zwar gelockert wurden, aber die Skilifte erst mit 24. Dezember öffnen dürfen. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt die Situation haben, dass die Pisten nicht präpariert sind. Wir haben hier keinen normalen Skibetrieb, so wie das in jedem anderen Jahr ja der Fall wäre. Und das wiederum hat bedeutet, dass viele Leute eine nicht präparierte Piste hochgegangen sind. Gut, das war klar, aber und da muss jetzt ein großes Rufzeichen eingesetzt werden. Die Betriebe haben sich bereits auf den Saisonstart vorbereitet und das tun sie immer noch. Logisch, denn sie wissen, am 24. Dezember geht es los. Es ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn eben die Betriebe am 4. Dezember oder so, wie es eben üblich ist, aufsperren. Da gibt es ab Mitte November, da wird gearbeitet. Da wird an den Pisten gearbeitet, da wird präpariert, beschneit, was auch immer. Und so hat sich das Ganze jetzt eben nach hinten verlagert. Was sich aber nicht nach hinten verlagert hat, logischerweise war der Winterbeginn. Das bedeutet, wir hatten viel Schnee, aber keine Skipisten. Und das haben sich sehr viele Skitourengeher natürlich zunutze gemacht. Die haben sich gedacht, jawohl, das ist jetzt eine richtig geile Situation. Wir haben perfekte Bedingungen, wir haben sehr geringe Lawinengefahr auf den Pisten oder um die Pisten grundsätzlich. Deswegen können wir die Pisten selbst jetzt super nutzen. Und das ist grundsätzlich ja auch vollkommen richtig. Aber die Rechnung wurde ohne die Skiliftbetreiber, ohne die Pistenbetreiber gemacht. Und das fand ich nicht in Ordnung. Denn was am Sonntag dann passiert ist, und so führen wir jetzt die Geschichte ein bisschen fort in der Zeit. Am Sonntag sind dann tatsächlich hunderte Menschen je Skipiste. Wir reden hier nicht von hunderten Menschen in Tirol, wir reden hier von hunderten Menschen pro Standort. Also ich kann nur empfehlen, ein bisschen auf Facebook nach den Bildern dazu zu suchen. Es gibt auch, also manche Bilder haben es sogar in die Nachrichten geschafft. Da sieht man im Gänsemarsch die Fernaufnahmen. Es schaut aus, als würde sich eine Ameisenstraße den Berg hocharbeiten. Wir reden hier wirklich von hunderten Menschen zum selben Zeitpunkt. Pro Piste. Also es waren Bedingungen. Ich war nicht vor Ort, weil ich wusste, was passieren wird. Es war ja vollkommen absehbar, was passieren wird. Aber ich bin deswegen eher mehr in den sozialen Medien an diesem Tag unterwegs gewesen und habe verfolgt, was da gerade so abgeht auf den verschiedenen Pisten. Und Pisten-Skitouren, egal ob präpariert oder nicht, absolut coole Sache, um zu trainieren, um unter sicheren Verhältnissen vielleicht auch Skifahren zu üben, oder den Aufstieg zu üben oder schneller zu werden, wie auch immer, absolut legitim. Nur es gab eben dieses Problem, dass die Skilift-Betreiber sich um den Zustand der Pisten bemüht haben für den 24. Dezember. Und da haben sich zwei Fronten gebildet. Einerseits die Front der Skitourengeher, die unbedingt eine Tour gehen wollte, aber aufgrund der extrem angespannten Situation im Hochgebirge keine, vernünftigerweise, keine Bergtouren machen wollte, sondern eben im sicheren Rahmen einer Pistentour unterwegs sein wollte. Und dann gab es da aber noch die Seilbahnbetreiber, die an ihren Pisten arbeiten wollten. Und da, diese zwei Parteien, standen am Sonntag im Konflikt. Und in manchen Regionen mehr und in manchen Regionen weniger. Manche Seilbahnbetreiber hatten nämlich an diesem Wochenende noch keine Vorbereitungsarbeiten oder haben das einfach toleriert, weil es einfach egal war. Haben vielleicht auch schon teilweise ein bisschen präpariert gehabt, etc. Also es gab wenige Ausnahmen oder es gab Skipisten, an denen das absolut möglich war, aber es gab eben sehr, sehr viele Pisten, an denen das nicht möglich war. Aber es gab auch, und das muss ich, ich bin, wie gesagt, das gleich vorweg, ich bin kein Fan von Skiliften, ich bin kein Fan von diesen klassischen Skigebieten, das ist, also nichts liegt mir ferner, als in Skigebieten unterwegs zu sein. Ich finde, das ist eine tolle Trainingseinrichtung für Skitouren, aber Skipisten, also dieses Pistenskifahren, damit kann ich nichts anfangen und auch mit dieser Verschandelung der Landschaft durch Skilifte überhaupt nicht. Aber man muss den Betreibern hier zugute halten. Es wurden Verbotsschilder aufgestellt. Es wurde geschrieben, Skitourenbetrieb ausdrücklich verboten. Es wurde geschrieben, Parken hier nicht erlaubt, weil Skibetrieb oder die, da wird irgendwas gearbeitet, etc. Es gab diese Schilder. Es gab sie alle. Und es kam dann zu, ja, man muss ehrlicherweise sagen, es kam zu dem, wozu es kommen musste, nämlich die Skitourengehrer haben gesagt, ja, ist mir egal. Ich will meine Skitour gehen. Und ich gehe da jetzt einfach. Weil, und das ist ein großes Problem gewesen. Die Aussage, ich habe ein Recht darauf. Ich darf mich bewegen, wo ich will. Und der Skiliftbetreiber kann mir das nicht verbieten. Und diese Aussagen habe ich oft gefunden und ich habe auch oft in den sozialen Medien gesehen, ja, ich gehe heute an eine Skitour und dann schreibt jemand drunter, ja, aber das ist ja verboten und dann schreibt wieder jemand drunter, ist mir egal, weil ich lasse mir das nicht verbieten. Ich bin selbst Skitourengehrer und ich bin eben kein Skifahrer, wie eben schon erwähnt. Und ich muss trotzdem sagen, das war beschämend. Das war ernsthaft beschämend, wenn ich darüber nachdenke, was, also wir Bergsteiger, wir haben ein Bedürfnis, mit der Natur in gewisser Weise verbunden zu sein und wir freuen uns immer, wenn wir dieses Recht haben und uns dieses Recht nehmen können. Aber wir können uns nicht über das Recht hinwegsetzen. Das ist einfach vollkommen unverantwortlich. Und das schadet, das schadet nicht nur demjenigen, der dann einen Strafzettel von der Polizei erhält oder dessen Auto abgeschleppt wird oder sonst was, das schadet uns allen als Bergsteigergemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir können uns nicht abkapseln und sagen, ich mache das für mich alleine. Wenn ich, ich bin ein Vertreter für meine Szene, wenn ich als Bergsteiger irgendeinen Scheiß in den Bergen verzapfe, dann übermittle ich damit ein Bild an alle anderen. Und Medien, und wir wissen es, Medien, Nachrichten, die ganzen Boulevardblätter, die reiben sich die Hände, wenn solche Sachen passieren. Und es war genau so, wie es kommen musste. Ich werde jetzt hier nicht die Zeitung und auch nicht die Plattform, das waren zwei verschiedene Quellen, die werde ich jetzt hier nicht nennen, weil ich möchte denen keine Aufmerksamkeit schenken. Aber die waren, die haben das natürlich ausgeschlachtet. Die haben das ausgeschlachtet par excellence. Die Skitourengeher, die gehen, obwohl sie nicht dürfen. Und dann gab es einen Unfall. Und der musste dann gerettet werden. Und da wurde Hetze betrieben gegen den. Und darauf warten die. Denn damit generieren die Klicks, damit generieren die Werbeeinnahmen. Das ist alles pures Geld für die. Die richtige Antwort auf die Konfrontation mit dem Verbot, die Pisten zu betreten, wäre gewesen, okay, dann gehe ich nicht. Wir haben jetzt sechs Monate, na gut, sechs Monate nicht, fünf Monate Skitourenzeit. Wir werden die nächsten fünf Monate immer wieder Neuschnee bekommen. Damit werden wir immer wieder die Bedingungen des letzten Sonntags rekonstruieren. Es gibt kein Bedürfnis. Diesen Sonntag, es war so schlechtes Wetter. Es hat so viel geschneit. Es hat gestürmt. Es lag überall Nebel in der Luft. Es gab überhaupt kein Bedürfnis für niemanden, ich spreche jetzt hier für alle, genau an diesem Sonntag zu gehen. Wenn ich nächste Woche an einem Herzinfarkt sterbe, dann wäre ich am Sonntag eine Skitour gegangen. Aber nachdem jetzt diesen Sonntag immer noch alle Leute leben, gehe ich davon aus, dass das nicht das Argument war, sondern das Argument war, erster Schnee muss man ausnutzen. Und da hört sich für mich das Verständnis dann auf, wenn ich für diese Vorstellung mich über jegliches Recht hinwegsetze und sage, es ist mir egal, was kommt, ich gehe heute meine Skitour. Und da wurden Fahrverbote, Parkverbote und ausdrückliche Betretungsverbote einfach ignoriert und da wurde dann einfach Skitour, Hauptsache Skitour. Und ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich für die, für die, die das gemacht haben. Ich schäme mich nicht, ich möchte das gleich ganz, ganz klar differenzieren. Die Leute, die rechtmäßig ihre Skitour gegangen sind, in Gebieten, wo das absolut erlaubt war, wo niemand was dagegen hatte, wo es keine Verbote und nichts gab, absolut in Ordnung. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Hätte ich nicht gemacht, aufgrund des Wetters, aber grundsätzlich, warum denn nicht? Wenn die Bedingungen passen, perfekt, machen wir. Aber gegen das Gesetz verstoßen für eine Skitour am ersten Tag, das ist, also, nein, da hat sich das Verständnis meinerseits aufgehört, nicht einfach, wie gesagt, diese Leute wurden alle bestraft, es wurden Strafzettel ausgeteilt, es wurden Anzeigen erstattet und ich finde das auch gut so. Was ich nicht gut finde, und da, ich weiß, das, man, man wirft gerne alles sehr in einen Topf, was geht. Aber man muss das differenzieren. Ich bin dagegen, dass es ein, 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 dass Betretungsverbote in Skigebieten verhängt werden dürfen, wenn es keinen Anlass dafür gibt. Ich bin, ich bin gegen Skigebiete. Aber man muss ehrlicherweise sagen, sie sind jetzt schon da. Wir können jetzt nichts dagegen machen. Die Revolution gegen die Skigebiete werden wir nicht dadurch starten, dass wir Regeln brechen und gegen Gesetze verstoßen. Und das, das sehe ich als Anlass zur Sorge. wir können das, die Tatsache, dass jetzt sehr viele Skigebiete für Pistengeher geschlossen sind, obwohl da nichts passiert. Das können wir als Anlass nehmen, dieses ganze System zu kritisieren. Aber es gab auch sehr viele Skigebiete, in denen gearbeitet wurde. Es gab sehr viele Skigebiete, an denen per Seilwinde Pisten präpariert wurden, an denen gearbeitet wurde. Und da gehen halt dann die Skitourengeher, begeben sich ja mehr oder weniger in Gefahr. Weil die Pistenraupe, naja, ehrlicherweise muss man sagen, die macht auch keinen Unterschied zwischen Schnee- und Skitourengeher. Und es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber es ist, es ist eine Form der Rücksichtslosigkeit, die ich, die ich nicht gutheißen kann, weil es ist einfach unvernünftig, es ist unverantwortlich und es ist letztlich gegen das Gesetz und man muss sich, wie gesagt, ich bin gegen Skigebiete in dieser Form, in der sie heute existieren, gerade in Tirol, aber, aber gegen Gesetze verstoßen, er hat das Recht, er hat das Recht, in seinem Skigebiet auf seiner Piste, der Liftbetreiber, zu sagen, ihr dürft hier nicht gehen. Das ist sicherheitsrelevant. Er hat das Recht. Ich, es ist eine, es ist eine sture kindische Verhaltensweise, dieses Recht einfach zu ignorieren. Man sollte sich nicht, man sollte die Revolution gegen die Skigebiete nicht dadurch starten, dass ich in den Skigebieten jetzt regelwidrig unterwegs bin. Man könnte das viel besser dadurch machen, dass man sagt, okay, wir setzen uns dafür ein, dass wir keine neuen Skigebiete mehr erhalten und das alte nicht renoviert oder restauriert werden, sondern einfach aufgelöst werden, etc. Das sind Ansätze. Aber aus reinem, ich muss heute am ersten Tag die Skitour gehen, ehrlich, das ist, das ist, ja, ich wiederhole mich, es ist auf jeden Fall, ja, es tut mir leid, es trifft bei mir auf, auf Unverständnis. Und ich weiß, es gibt, damit macht man sich keine Fans, denn schließlich, ich gerade hier wohne ich in einem Zentrum des Skitourengehens und da ist es, da ist es vollkommen selbstverständlich, dass man Skitouren unternimmt, so viele, so viele man kann. Ich frage mich ernsthaft, wie viel Spaß die Leute zum Beispiel am Hordel bei Innsbruck hatten, wo sie zu 100 darauf gedackelt sind in einer großen Ameisenstraße im Gänsemarsch. Die Fotos gibt es dazu im Internet, auch in den, auch auf Nachrichtenmedien. Ich weiß nicht, wie viel Spaß das gemacht hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Wenn jemand sagt, das war die schönste Skitour meines Lebens, es hatte 0 Grad, es hat Nieselregen mit Schnee gemischt, man hatte Fernsicht von, ich glaube, ganze 4,5 Meter und es war kalt und windig und es waren andere 300 Leute vor und andere 300 Leute hinter mir. Ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass das Spaß macht. Ich bin nicht der Meinung und letztlich darf man nicht vergessen, alles, was ich hier gesagt habe, ist meine Meinung und nicht in Stein gemeißelt. Das sowieso nicht. Also, ich lasse mich gerne von anderen Ansichten überzeugen. Ihr könnt dazu gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, bei YouTube oder mir auch gerne per Mail oder per direkter Nachricht in den sozialen Medien. So, Skitouren. Die Skitouren-Saison hat begonnen. Die Skitouren-Saison wird dieses Jahr hoffentlich lange dauern. Hoffentlich haben wir wieder einen Winter, der schön bis in den April, Mai hineingeht im Hochgebirge, dass wir im Hochgebirge dann wirklich tolle Spätwinter-Touren, Frühlingstouren machen können. Ich freue mich jedenfalls schon sehr, wenn die, wenn das Wetter besser wird, wenn die Schneeauflagen sich stabilisieren und dann auch sichere Skitouren im Hochgebirge möglich sind, weil die Piste raufgurken, das hat jetzt auch nicht so den Reiz wie eine echte hochalpine Skitour. Das ist mal das eine. Das andere ist, jetzt ist bei uns in Österreich, in Tirol der Lockdown vorbei und jetzt habe ich das ein bisschen beobachtet und es sind sehr viele Leute am Weg in die Sportgeschäfte, um sich Skitouren und Ausrüstung zu besorgen. Das sehe ich ganz, ganz kritisch. Also, liebe Leute, bitte seid da nicht unvernünftig. Haltet euch zurück, wenn das Geschäft voll ist, ist das Geschäft voll. Aktuell sind es sowieso nicht die besten Bedingungen, um Skitouren zu gehen. Wartet doch noch ein bisschen, bis der Trubel, vielleicht, vielleicht haben wir bis Weihnachten gute Bedingungen, aber wer weiß das schon und dann vielleicht zu Weihnachten nochmal schauen, ist der Ansturm vielleicht weniger geworden. Man muss nicht um jeden Preis jetzt die Skitouren-Ausrüstung kaufen. Und wie gesagt, wer sie schon hat, passt gut auf euch auf und bitte haltet euch an alle Regeln, egal wie blöd die Regeln per se sind und wie blöd das ganze System dahinter ist, haltet euch einfach dran. Revoluzzer spielen, das, das, das kann echt gar nichts, das macht uns die ganze Gemeinschaft an Bergsteigern einfach kaputt. Es ist einfach kein gemeinschaftlicher Ansatz, kein gemeinschaftlicher Gedanke, deswegen bitte bleiben wir immer im Rahmen des rechtlich Einwandfreien, sagen wir es so. Okay, jetzt haben wir aber das Skitouren-Thema auch wirklich ausführlich durchgekaut. So, jetzt muss ich noch auf was anderes zu sprechen kommen, bevor wir hier für die heutige erste Episode, wo es ja nur sehr kurz um ein einziges Thema gegangen ist, nochmal zu sprechen kommen. Und zwar möchte ich hier kurz nochmal vorher den Hinweis einschieben, wir möchten den Podcast wirklich mit euch zusammengestalten und auch, es wird auch in Zukunft wahrscheinlich, vielleicht schaffen wir es auch die ein oder andere Legende aus Legenden in dem Porträt ins Interview zu holen. Mit den Lebenden wird das natürlich etwas einfacher als mit den Verstorbenen. Ja, jedenfalls, wenn wir es Corona-mäßig schaffen, würden wir uns freuen, wenn wir es mal schaffen, auch mit dem einen oder anderen Gast, mit der einen oder anderen Legende ein bisschen zu philosophieren. Ansonsten werden wir das vielleicht auch nicht immer alleine machen, werden wir mal schauen, was sich da noch entwickelt. Aber vor allen Dingen möchten wir euch einbinden und deswegen schreibt uns gerne nochmal unter YouTube, unter den Podcast-Folgen in die Kommentare, was euch bewegt, was euch interessiert zum Thema Bergsteigen, worüber ihr gerne unsere Meinung hören wollt oder was ihr findet, dass mal wieder eine Erwähnung wert wäre. Jo, das wollte ich auf jeden Fall mal sagen, schreibt uns auch gerne bei, also unter der E-Mail-Adresse kontakt at alpenacademy.at da könnt ihr uns dann auch ganz, ich sag jetzt mal, privat, ohne in der Öffentlichkeit in Form eines Kommentars zu stehen, schreiben, was ihr denkt. Wir werden die Infos dann natürlich nicht rausgeben oder so, wenn ihr sagt, das sind jetzt Geschichten, die haben in der Öffentlichkeit nichts verloren, zum Beispiel. So, nächstes Mal möchte ich mich über zwei Sachen mit euch unterhalten, da kann ich schon mal ein bisschen vorgreifen, falls in der Zwischenzeit nicht noch ein klitzekleiner Riesenskandal passiert, sollte, wird es nächste Woche vielleicht ein bisschen um das Thema Bilder in den Bergen gehen, das ist etwas, was mich selbst schon eine Weile beschäftigt, wie schaffe ich es, die besten Bilder, die es, die es geben kann, mit in die Berge oder aus den Bergen mitzubringen. Da bin ich so ein bisschen am Hin und Her überlegen bezüglich dem Material, dem Equipment, wie schwer darf es sein und so weiter. Da würde mich auch sehr interessieren, womit macht ihr eigentlich eure Fotos in den Bergen, verwendet ihr das Smartphone, eine Digicam, habt ihr eine große DSLR oder eine mittlere DSLM oder sowas dabei, wie handelt ihr das eigentlich, ich bin da ein bisschen am Hadern darüber, können wir dann nächste Woche ein bisschen im Detail sprechen. Das ist mal das eine und dann werden wir uns auch noch ein bisschen mit dem Jahr 2020 beschäftigen, jetzt ist es ja bald vorbei, unglaublich eigentlich, jetzt ist das Ganze, ja, durch Corona so ein bisschen wie im Eiltempo vergangen, Wahnsinn eigentlich. Naja, darüber werden wir dann nächstes Mal auch ausführlicher sprechen. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr, falls ihr das Ganze hier auf YouTube seht, dem Podcast einen Daumen hoch gebt und wenn ihr das einfach irgendwo hört, dass ihr das mit möglichst vielen Bergsteigerinnen und Bergsteigern teilt, damit wir uns alle gemeinsam ums Thema Bergsteigen austauschen können. Es wird ein großer Ort der Community-Zusammenkunft, soll dieser Podcast auch irgendwo werden und das funktioniert natürlich nur, wenn wir alle kräftig daran mitarbeiten und mitwirken. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören bei der allerersten Podcast-Episode des Alpcasts. Und wie findet ihr eigentlich den Namen Alpcast? Das müsst ihr mir auch übrigens irgendwo dazu schreiben, das ist ganz wichtig. Ich finde, ich bin immer noch gemischter Gefühle, was den Alpcast betrifft, aber das ist ja jetzt mal, der Alpcast. Insofern wünschen wir euch noch wie immer eine schöne Zeit und entweder wir hören uns nächsten Sonntag wieder beim Podcast oder ihr seht uns in einem unserer vielen Videos, die in der kommenden Woche wieder erscheinen werden. Bis zum nächsten Mal. Wie immer. Bergheil.